Köln, Jan, Dominikus Ich mach erstmal ein Säckchen für uns auch, ne? Ja, erstmal deine Krone Ja gut, ein bisschen Triumph will ich euch auch gönnen mit der Krone Die passt nicht, die Krone Ja doch, die passt, das geht schon Das ist jetzt wie angegossen Wie war die letzte Woche so für dich im Siegesrausch? Kannst du dich noch an was erinnern? Ich hab die ersten drei Tage fast gar nicht geschlafen Und eigentlich mit meiner Crew, mit der ich mich vorbereitet hatte, auch das Finale durchgefeiert Wir haben dann die Krone knallen lassen Und ja, so langsam kehr ich wieder in die Realität zurück Ich hab ja eine Frage, die mir wirklich seit dem Finale auf der Zunge brennt Wie geht es eigentlich dem Fuß? Geht es wieder besser jetzt? Es war ja in erster Linie die Schulter Ach ja Die ein bisschen angeschlagen war Zwischendurch war es ja auch mal der Oberschenkel beim 100 Meter Lauf War ja gleich eine Zehrung, ne? War ja diverse Verletzungen bei dir Beim 100 Meter Lauf hatte ich mich kurz gezerrt Aber ja, ich fand es schon beeindruckend Und das kann man, denke ich, verbindet mich auch so ein bisschen mit Oliver Kahn Wie ich nach der doch relativ schweren Verletzung auf die Zähne gebissen habe Und gesagt habe, ich hatte den Olli auch so vor dem inneren Auge, wo wir da stehen Immer weitermachen, niemals aufgehen und mich allen Schmerz ausgeblendet Und euch dann zerlegt Kann man ja so sagen doch 60 Meter Hürden Ziemlich genau, ja Das war Wahrscheinlich Also insgesamt, muss man sagen, haben mir viele Leute auf der Straße gesagt Grandiose Leistung von dir Also mir haben sehr viele auf die Schulter geklopft Auf die Schulter! Oh, das war bestimmt schmerzhaft, ne? Ah, die andere, Gott sei Dank, ne? Und haben gesagt, sehr gut von dir, aber was für eine erbärmliche Performance von den beiden anderen, ne? Also sowas hat man selten gesehen Ähm, ja Bisschen in den niedrigen Wallern, denke ich Ja, das war's dann eigentlich jetzt auch schon Ähm, viele glauben ja, dass das alles gefaked war Sag da auch mal was dazu Ja Also, tatsächlich, ich finde Jetzt einmal kurz Vorsicht, ne? Ja, was denn? Bleib doch ruhig Mach doch! Da ist er doch schon, ne? Ähm, tatsächlich muss ich Ganz ehrlich sagen, ich schütte mir mal als erstes ein Na klar Ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass Das wird nix Man den Eindruck ja gewinnen konnte, ne? Weil es war ja wirklich so Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Jetzt mal unter uns, wir sind ja unter uns Ganz im Ernst, am Anfang beim Bowling Das war ja auch so, letzter Pin Ich glaube, danach hatten wir Kart fahren Das war auch sehr eng Von, ah gut, das Kart war nicht so eng Fußball war sehr eng Da habe ich ein Comeback gemacht Beim Basketball wurde ich total Was hast du gerade gesagt? Beim Fußball hast du ein Comeback gemacht? Ja, da lag ich ja auch schon zwei ins hinten Ja, und hast du ja gedacht, lass ich mal die Hürden aus? Ja, das war Tatsache Fernsehbeweis habt ihr ja hinterher versucht, noch dazu zu ziehen Aber, äh, Dr. Volker Roth, der Schiedsrichterobmann, hat ja gesagt Zählt, ne? Ähm, also es war überall sehr knapp Und das Highlight war ja zum Schluss Aber ich habe auch, muss ich sagen, die ganze Zeit an Sieg geglaubt Und ich kann, ähm, hundertprozentig versichern, dass ihr alles gegeben habt Das war nicht sehr viel, aber ihr habt zumindest versucht Ja Wir haben ja die, äh, also die Zuschauer haben, äh, unabhängig davon auch eine eigene Top 5 heute gemacht Und zwar die Top 5 der, der fünf größten, äh, Sportbetrügereien der Geschichte Auf Platz 3 war, glaub ich, äh, Maradona, Hand Gottes Platz 2 war, glaub ich, die Schwalbe von Andreas Möller, ne? Stimmt, damals Und du warst auf Platz 1 Hat mich überrascht Ja, die Meinungen gehen ja tatsächlich bei uns im Blog auf der Seite und so Gehen relativ erstmal, Prost, ne? Gehen ja auseinander, ähm Ich denke, der größte, was man wirklich sagen muss Der größte Fehler war, dass wir einfach nicht weitergelaufen sind Als du, äh, am Boden gewinselt hast Das muss man vielleicht auch mal sagen, weil das in der Maz nicht so rüberkam Viele haben sich gefragt, warum sind wir nicht weitergelaufen, ja? Das kam im Einspieler nicht so rüber Der Jan, als er auf die Fresse gefallen ist beim Hürdenlauf Lag am Boden, das hat mich erinnert an die Szene von Saving Private Ryan am Anfang Als der eine Typ seinen Arm sucht, ja? Jan lag auf dem Boden und hat gebrüllt wie ein geschlachteter Hund So, dass komplett, du wurdest komplett aus der Konzentration gerissen Und hast wirklich gedacht, ist es sonst irgendwas passiert? Ja Ja, also es war, ähm Aber es hat wahrscheinlich auch einfach sehr weh getan in dem Moment, ne? Das hat auch sehr weh getan Ich könnte jetzt noch, aus meiner Sicht lief das ja so ab Ich bin, spring ab, ne? Und bin bereit weiter zu springen Hab schon gemerkt, okay, das Ding ist in der Tasche Als ich über der ersten Hürde drüber war Weil ich schon gesehen hab, ähm Wie ihr Probleme hattet bei der ersten Hürde Absolut Dann bin ich drüber Du konntest das gut sehen, weil wir schon eine Hürde weiter waren Dann hab ich so ein bisschen den Halt verloren Bin gestürzt Und hab gesehen, scheiße, ich weiß nicht, ob wir jetzt Wiederholung machen Im Sturz hab ich mir jetzt schon gedacht Ich roll mich mal rüber in die andere Bahn Damit wir nochmal wiederholen müssen Ja, viele, viele Leute fragen sich ja Äh, was ist denn jetzt eigentlich die Strafe? Und wir haben wirklich lange überlegt, ähm Viele Ideen Da waren ganz viele Vorschläge So auch so körperliche Verstümmelungen und so Färbt euch die Haare Rasiert euch die Haare ab Irgendwie, äh, zupft euch, äh, Bauchhaare Oder versteuert euch den Fuß Ganz viele Sachen, die körperlich weht Aber wir haben uns überlegt Äh, das ist dann ja in zwei Wochen wieder weg Sondern wir müssen wirklich was Bleibendes Was uns lange quält Und uns wie so ein, wie das Telltale Heart So, was uns wirklich immer wieder Ins Bewusstsein ruft Ihr habt voll verkackt Ja, ihr habt verloren Und, äh, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit Ja, wir, äh, haben lange nachgedacht Und wir haben gedacht Es gibt nichts Demütigerndes Als, das hier Schön, ich bin ganz gut getroffen Außerdem, äh, etwas Ich weiß gar nicht, wie das Fremdwort ist Aber das Grinsen gefällt mir Nicht so gut Aber ansonsten Sieht gut aus, finde ich Ja, wir haben uns überlegt Ähm, da war Da hing ja früher Chuck Norris Und, ähm Ich würde sagen, das würde ich vertreten Es ist ja schon eine Ziemliche Ehre für dich Wir hatten eigentlich geplant Als nächstes den Ultimate Warrior Da aufzuhängen Der hat jetzt Pech gehabt Ja Guck mal, wie der sich ärgert so Der ist wirklich in Graben Ultimate Warrior ist richtig sauer Könnte übrigens sein, dass der kommt Und dich verprügelt Ja, ich denke, als Titan Hab ich durchaus Das Recht, da zu hängen Und kannst jetzt auch Mit dem neuen Titel, auch mit dem Ultimate Warrior aufnehmen Das Einzige, was mich ein bisschen freut Ist, dass die debile Lächeln Das tröstet mich so ein bisschen Darüber hinweg Das, aber Ansonsten, ähm Das verfolgen mich schon seit Jahren Widmen wir dir einen Teil Unserer Wand Und du weißt ja, wie teuer Hier dieses Fernsehstudio ist Das heißt, so ein Stück Wand Kostet, sag ich mal Umgerechnet 1,5 Milliarden Euro Das Bild muss natürlich Da hängen bleiben Entweder für immer Oder bis ihr euch verdient habt Euer eigenes Bild Wieder aufzuhängen Ja, wir arbeiten im Verdeckten daran Ob wir vielleicht irgendwann Nochmal eine Revanche machen Ja, also wir wissen ja Der körperliche Verfall von Jan Ist wesentlich schneller Als unser eigener Und vielleicht so in 10 Jahren Ja Wenn dann so die exzessive Dekadente Lebensweise Des Jan Dominikus Seinen Körper ruiniert hat Dann haben wir auf jeden Fall Auch bei den Hürden eine Chance Was mich noch Ich hab da noch nie nachgefragt Was mich jetzt interessieren würde Noch Was es für ein Gefühl war Ihr habt ja 2.0 geführt Und das hat man jetzt auch In den Beiträgen nicht so gesehen Dann habt ihr ja Vor allem mit Jan Auch angefangen zu sagen Ja, das muss ja Auch alles gut aussehen Wie machen wir jetzt weiter Welche Disziplin Denkst du Könntest du eventuell noch gewinnen Damit der Jan Nicht glatt 3.0 ausgeht Nachdem ihr da 2.0 geführt habt Was war das dann So ein Gefühl Von einem Wettkampf Zum nächsten Als man merkte Oh, die Schlinge Zieht sich langsam zu Und als dann am Ende Vorbei war Also es gab so zwei Punkte Muss ich ganz ehrlich sagen Wo ich gedacht hab Das kann nicht mit rechten Dingen zu gehen Zum einen Sah es nicht so aus Als ob du 3 Meter 4 Meter Was war es? 4 Meter 40 4 Meter 40 weit gesprungen bist Also in der Zeitlupe sah das aus Wie Ich sag mal 1 Meter 60 so ungefähr Da wurde glaube ich Großzügig gemessen Und dann gab es ja noch Die Debatte Beim Sperrwurf Wo dein Sperr Sag ich mal Gut geschätzt 24 Meter weit gerutscht ist Vom ersten Einschlagpunkt Und beim Nils Eine ähnliche Situation war Und Gut, aber wir wollen das jetzt Auch nicht kleinreden Ich sag mal so Ich hätte Wäre es jetzt sehr eng geworden Beim Schwerfen Dann hätte ich ja noch Einen letzten Wurf gehabt Den ich dann Ja, aber man hat ja Beim zweiten Wurf gesehen Dass du das eigentlich Überhaupt nicht drauf hast Das war so ein Glückswurf Und also von der Technik her War das ja doch Ehr miserabel Also ich will nur noch mal festhalten Dass ja keiner von euren Würfen Auch nur annähernd in die Nähe Von dem Ding kam Wo meiner gelandet ist Wir ja nicht da gemessen haben Wo er hingeschlittert ist Wie bei dir Ja, selbst wenn wir bei mir Beim Aufschlagpunkt gemessen hätten Da wäre er ja noch nicht mal Im 10 Meter Radius gewesen Ja, das stimmt Also ich finde Wir sollten da jetzt nicht weiter Darüber diskutieren Wir akzeptieren die Widerlage Aber man sieht sich immer Zweimal im Leben Jan, du weißt Bescheid Eines Tages Würde es nochmal Rache geben Jetzt sind einige Sportler Schon an großen Niederlagen Wirklich zu Alkoholikern geworden Ja, sowas kann Aber ich glaube So kann mir nicht passieren Sowas wird uns niemals passieren Ganz ehrlich Wir schauen uns jetzt erstmal Musikvideos an Und zwar sind wir ja gerade dabei Wir haben ein Label gegründet Ghetto Night Productions Und wir haben schon eine Art Wir haben schon Künstler Also wirklich Was? Mach euch richtig voll Ja, ich bringe den Satz einmal zu Ende Wir haben zwei Talente gefunden Die im Prinzip Ja, wie sagt man das Eine Mischung aus Gangsterrapper Und Girlgroup sind Und das ist, glaube ich Die neue Marktlücke Und die haben jetzt ein Musikvideo gedreht Und das schauen wir uns jetzt mal an Hier sind die Ghetto Nights Mit ihrem neuesten Song Viel Spaß Und das ist es Die Ghetto Nights Ja, ja, ja Koko Jumbo Ja, ja, ja Ja, ja, ja Koko Jumbo Ja, ja, ja Put me up Put me down Put my feet back on the ground Put me up Take my heart And make me happy Put me up Put me down Put my feet back on the ground Put me up Feel my heart And make me happy Put me up 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 Untertitelung des ZDF, 2020